Du hast jetzt einen Welpen. Solltest du mit ihm zur Hundeschule gehen? Wenn du dir diese Frage stellst, ist die Antwort auf jeden Fall ja. Wenn du schon mal einen Hund hattest und ihn eigenverantwortlich erzogen hast, dann kannst du dir die Hundeschule vielleicht sparen, dann hast du vielleicht schon genügend Erfahrungen. Aber sobald du irgendwie unsicher bist, nimm dir die Hilfe. Nicht jeder Hund ist gleich und jeder Hund hat andere Flausen im Kopf. Und wenn man ihm diese austreiben will, ist nicht immer das gleiche Mittel der Weg zum Ziel. Was erwartet dich in einer Hundeschule? Wenn man ehrlich ist, ist es in erster Linie kein Hundetraining, sondern ein Hundehaltertraining. Hier wirst vor allem du vieles lernen, wie du mit deinem Hund umgehen sollst, damit er das macht, was du von ihm verlangst. Du wirst lernen, wie du Vertrauen deines Hundes zu dir aufbaust, denn nur mit Vertrauen kann der Hund so funktionieren, wie du es gerne möchtest. Dein Hund lernt sehr viel durch Beobachtung, wie du dich verhältst, wie du guckst, wie du dich bewegst. Daher ist es für dich wiederum wichtig, zu lernen, mit ihm zu kommunizieren, beziehungsweise wie kannst du mit ihm kommunizieren, damit er versteht, was du von ihm möchtest. In der Regel finden sich in jeder Hundeschule Welpenkurse. Die kann man am Anfang machen, um so Basics zu lernen, wie Sitz, Platz und Leinenführigkeit. Wichtig sind solche Welpenschulen vor allem aber auch für die Sozialisierung, denn ein Hund trifft ja dort auch auf andere Hunde. Sollten sich irgendwelche Probleme andeuten, zum Beispiel wenn dein Hund immer bellt, wenn du mal schnell einkaufen gehst und er alleine zu Hause ist, dann kannst du zum Beispiel auch Einzeltrainings machen. Dort kann man individuell auf deinen Hund eingehen. Aber das Gehen in die Hundeschule alleine reicht nicht aus. Alles, was ihr dort lernt, müsst ihr täglich anwenden. Denn nur so verinnerlicht dein Hund, was er tun soll und was er lassen soll. Tägliches Training fördert ihn und fordert ihn und schafft Vertrauen zwischen euch beiden. Und letztlich machen solche Trainings euer Zusammenleben auf Dauer einfach einfacher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017